Musik Die Causa rund um die Ausladung der Stadt Steyr, des renommierten Historikers und Friedensforschers Dr. Daniele Ganser ist um einen Prozesstag reicher. Wie berichtet, dürfte Daniele Ganser trotz Vertrag im letzten Jahr nicht im Stadttheater Steyr auftreten. Die rote Stadtführung rund um SPÖ-Bürgermeister Markus Vogel und SPÖ-Stadträterin Katrin Auer hat dies unterbunden. Der Veranstalter Peter Schutte musste damals spontan eine neue Event-Location finden. Nun muss die ganze Causa vor Gericht durchjudiziert werden und darüber sprechen wir jetzt mit dem Veranstalter Peter Schutte. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Schön, dass ich da sein darf, Nico. Danke. Peter, am Dienstag, den 4. Juli, musstest du jetzt erstmals vor Gericht, genauer gesagt in Steyr vor Gericht. Das war jetzt aber noch nicht der eigentliche Prozesstermin, wie ich das richtig verstanden habe. Was war jetzt am 4. Juli los? Also am 4. Juli hätte eigentlich von der Stadt Steyr ein Vergleich kommen können. Im Prinzip ging es um die Satzung, wie der Prozess ablaufen wird. Also da wird festgelegt, welche Zeugen werden wann vernommen und wann ist der erste Prozestag. Das Ganze hätte man von der Stadt Steyr aus verhindern können und somit dem Steuerzahler wieder viel Geld sparen können, weil die müssen ja auch den Rechtsanwalt bezahlen, der Stadt Steyr, wenn man ein Angebot gemacht hätte oder wenn man mit einer Entschuldigung auf uns zugekommen wäre. Beides ist nicht passiert. Und dennoch war es ein aufsehenerregender Termin, der einfach nur 20 Minuten gedauert hat. Für diesen Termin waren 20 uniformierte Polizisten abgestellt und zwei Leute vom Verfassungsschutz, weil wir ja so schlimm sind und man durfte das Handy nicht mit reinnehmen ins Gericht, sondern das musste man draußen einschließen. Es waren vier gute Freunde von mir mit dabei, mit denen ich früher auch bei den Steyr Spaziergängen unterwegs war. Der Saal wurde verlegt vom kleinen Saal B im Erdgeschoss hinauf in den Schwurgerichtssaal. Also es war ein sehr pompöses Auftreten seitens des Gerichts und der Polizei. Und ich habe mir gedacht, also irgendwie scheint es immer noch nicht bei den Politikern angekommen zu sein, dass man für die Steuern arbeiten muss. Die Bürger, die dabei waren, die haben auch gesagt, also das geht doch nicht für 20 Minuten, kommen hier zehn Polizisten, zwei vom Verfassungsschutz. Meine Anwältin ist aus Wels angefahren, ich bin aus Linz angefahren. Es ist einfach nur lächerlich. Also das sind ja zum Teil ärgere Sicherheitsmaßnahmen, wie wenn ein Terrorismusprozess stattfindet, wo irgendein Terrorverdächtiger dementsprechend eine Verhandlung hat. Also du bist ja quasi Staatsfeind Nummer eins da, wenn man so will. Aber in Summe muss man dazu sagen, lieber Peter, es geht um etwas mehr als 5000 Euro, das dir die Stadt quasi schulden würde jetzt. Weil es geht ja darum, du hättest ja ursprünglich den Vortrag mit Dr. Danene Ganser, wie gesagt, im Stadttheater Steier gehabt. Das hätte wie viel gekostet damals? Knapp 1000 Euro. Knapp 1000 Euro. Und die Schachnerhalle hat deswegen mehr gekostet, weil dort aufgrund der Spontanität geheizt werden musste dann auch. Ja, und eben die Halle sehr schwer beheizbar ist. Es war trotzdem ein toller Auftritt und alles drum und dran. Doch das Ganze hätte gestern mit einem Angebot der Stadt Steier abgewendet werden können. Also man hätte nicht noch mehr Geld verbrennen müssen mit einem neuen Prozestag, der jetzt am 3. Oktober stattfindet, um 9.30 Uhr und da bereits mit einer Vernehmung von vier Zeugen für drei Stunden anberaumt ist. Also es wird dort vernommen, werde ich am 3. Oktober, dann der Bürgermeister Vogel wird vernommen und noch zwei weitere Zeugen. Für die Stadt Steier wird dieser Prozess, wenn sie ihn verlieren sollte, ziemlich teuer. Man hätte sich ja auf einen Vergleich einlassen können, du hast es ja vorher schon erwähnt, aber du hast mir zuvor verraten, die Stadt bzw. der Anwalt der Stadt wollte deinen Vergleich gar nicht hören. Wie hätte dieser Vergleich eigentlich ausgeschaut? Also es war so, dass der prozessführende Richter als allererstes immer die beklagte Partei fragt, ob sie denn zu einer Einigung, zu einem Vergleich oder zu einem Angebot bereit sei. Und das hat der Rechtsanwalt strikte abgelehnt. Der hat das gar nicht gehört, was Sie vorgeschlagen hätten? Nein, der hat gar nicht gehört, was ich für einen Vorschlag gehabt hätte. Denn ich habe mir gedacht, es geht ja unseren Städten und Gemeinden sowieso nicht zum Besten. Und jetzt ist ja Folgendes passiert, durch die Ausladung von Daniele Ganser und Milla als Veranstalter entstehen der Stadt Steier ja Kosten in der Höhe von rund 5.000 Euro. Ich hätte jetzt angeboten, wenn man mir dreimal das Theater kostenlos gibt, um es mit anderen Vortragenden zu bespielen, würde die Stadt ja trotzdem Geld einnehmen, weil sehr viel Steuern allein durch Scattering, durch das alles generiert werden, die direkt in den Stadtsäckel fließen. Und dann hätte ich gesagt, eine öffentliche Entschuldigung im Standard, weil der Standard war ja auch der, der das Ganze sehr hoch gespielt hat damals. Und damit wäre ich einverstanden gewesen. Aber das konnten wir nicht einmal vorbringen, weil wenn die Stadt von Haus aus einem Vergleich ablehnt, unserer gar nicht mehr gehört wird. Und jetzt kommt es somit zum eigentlichen Prozess, wenn man so will. Du hast es eingangs schon erwähnt, es werden dann mehrere Zeugen einvernommen. Der Prozess wird vermutlich mehrere Stunden dauern, wenn man so will. Man weiß es noch nicht. 39.30 Uhr ist der Beginn. Der erste Prozestag, der 3. Oktober, ist einmal mit zweieinhalb bis drei Stunden anberaumt. Das sind aber noch nicht einmal die Hälfte der Zeugen dann vernommen. Wie viele Zeugen werden denn da bitte vernommen? Ich meine, da geht es nur um eine Veranstaltung, wo, man muss es so klar sagen, die Stadt Steyr hatte einen Vertrag mit dir oder du hattest einen Vertrag mit der Stadt Steyr. Der war unterzeichnet. Wo ist, was muss man da noch großartig diskutieren? Das verstehe ich nicht. Also es ist so, dass es ja verschiedene Einstufungen gibt vom Verfassungsschutz. Und anscheinend, man weiß es nicht genau, hat der Bürgermeister und die Frau Auer beim Verfassungsschutz angefragt. Und es gab aber jetzt nichts, was dagegen gesprochen hätte. Es waren auch keine Drohungen und nichts vorhanden. Und das Schöne war ja, dass am Abend dann in der Schachnerhalle auch zwei Exekutivbeamte dabei waren. Einer vom Verfassungsschutz, einer von der Kriminalpolizei und die gesehen haben, wie ruhig es ist. Dennoch geht es um die Einschätzung vor der Veranstaltung. Was könnte schlimmstmöglich passieren? Da aber noch bei keiner Veranstaltung von Daniel Eganz je etwas passiert ist, weder in der Schweiz noch in Österreich noch in Deutschland, braucht man, glaube ich, in Steyr nicht damit rechnen. Und prinzipiell hat ja ein Auftritt eines Historikers auch überhaupt nichts mit den Spaziergängen zu tun. Denn darauf spielt man ja ab, weil man da durch die Spaziergänge schon sehr viel Unruhe in Steyr hat. Jetzt wäre da vielleicht noch mehr Unruhe reingekommen. Man muss aber auch dazu sagen, im Zuge der Spaziergänge ist auch nie etwas Gröberes passiert. Also das soweit zu den Spaziergängen. Aber Peter, man muss ja auch dazu sagen, wir haben das in einem unserer letzten Talks bereits erwähnt, aber ich glaube, es gehört noch einmal erwähnt. Es gab solche Fälle wie in Steyr, gab es schon, mit Daniel Eganz, wo quasi offizielle Einrichtungen dann quasi kurzfristig abgesagt haben, obwohl ein Vertrag vorhanden war. Dann hat aber beispielsweise auch Innsbruck diesen Zwischenbetrag dann bezahlt. Ohne Wenn und Aber, ohne Gericht. Die Stadt Steyr macht das nicht. Und interessanterweise ist ja da jetzt der Fall, in Innsbruck war ja das, glaube ich, so, wie heißt die Location dort? Das ist im Kongresszentrum, die Duganer Halle, die wir eben im Januar nicht bekommen haben. Aus demselben Grund, die dürfen wir jetzt im September bespielen. Und ich habe das schriftlich bereits am Montag bekommen. Und man muss ja sagen, es gab ja in Deutschland zahlreiche solche Vorfälle, wo es dann einen Musterprozess gab mit der Stadt Dortmund. Und es ist generell im Veranstaltungsrecht folgendermaßen. Wenn ich als Veranstalter eine Stätte anfrage und ich von dieser Stätte ein Angebot bekomme, das ich unterzeichnet zurücksende, ist der Vertrag zustande gekommen. Laut Veranstaltungsgesetz kann dann keine der Parteien ohne Zustimmung der anderen vom Vertrag zurücktreten. Das ist die Gesetzeslage und dementsprechend muss natürlich der Richter dann oder sollte der Richter dann auch entscheiden. Also es gibt Beispiele, das sollte die Stadt Steyr auch wissen. Man muss es aber trotzdem noch einmal dazu sagen, ist das nicht eigentlich eine bodenlose Frechheit, was da aufgeführt worden ist? Ich meine, wir reden hier von einem renommierten Historiker und Friedensforscher. Da geht es jetzt nicht um irgendeinen bekannten Hetzer oder sonst irgendetwas. Es ist ein Historiker und Friedensforscher. Was sagst du dazu, dass die Stadt Steyr eigentlich hier so gegen Daniele Ganser und auch gegen dich als Person vorgegangen ist? Also dazu gibt es, glaube ich, überhaupt nicht viel zu sagen. Denn man muss eins feststellen, ich habe ja in Steyr auch schon Demos gemacht, im Einvernehmen mit der Polizei, wo nie ein Zwischenfall war, wo es auch nie irgendeine Anmerkung gegeben hat. Wir haben uns immer an alles gehalten, wir waren noch nie irgendwo aggressiv. Und dann finde ich es einfach sehr, sehr vermessen, wenn ein vom Volk gewählter Politiker entscheidet, was seine Mitbürger, die sein Gehalt bezahlen, konsumieren dürfen oder nicht. In Form eines Vortrags. Da kann man ganz andere Leute erwähnen, die in Steyr schon auftreten durften und einen ganz anderen Background haben als ein Friedensforscher. Aber ich denke, es ist einfach eine Hetze gegen das, was man einfach nicht haben will. Denn die Wahrheit gibt es bei uns in Österreich in der Politik schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Man hat es immer wieder hingenommen, weil man gesagt hat, naja, die haben wir zwar was anderes versprochen, aber es wird schon nicht so schlimm werden. Und mit Corona kamen wir das erste Mal in ein Extrem rein, wo sämtliche anderen Meinungen verboten wurden. Wo der Mainstream, die Mainstream-Medien bezahlt wurden, um das zu schreiben, was die Regierung lesen will. Und somit wurde den Bürgern sehr, sehr viel Angst gemacht. Teilweise haben sie es bis heute nicht ablegen können. Und mit dem neuen Klimawandel, Blödsinn, wird den Bürgern wieder sehr, sehr viel Angst gemacht. Dann diese Geschichte, was jetzt mit der WHO passieren soll, dass die praktisch die Herrschaft über die ganze Welt übernimmt. Ich meine, schlimmer war es vor über 50 Jahren auch nicht. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Sondern wo die jetzige Politik hintendiert, ist zu einer Diktatur. Und nicht mehr zu einer freien, demokratischen Republik. Viele sagen ja schon, dass wir schon seit Längerem in einer sogenannten Scheindemokratie leben. Und ja, man kann es auch immer wieder sagen, wer in der Demokratie schläft, der wächst, der wacht in der Diktatur dann quasi wieder auf. Ja, Peter, man muss es trotzdem noch einmal dazu sagen, du hast es eingangs schon erwähnt, über zehn Polizisten waren da quasi da bei diesem Hochsicherheitsprozess da in Steyr. Alleine das kostet dem Steuerzahler dann wieder Geld. Sind wir gespannt, was im Oktober dann quasi herauskommt. Ist dieser Prozess dann öffentlich und dürfen da auch quasi Unterstützer teilnehmen? Wie sieht das aus? Also ich habe gestern extra nachgefragt. Der Prozess soll wieder im Schwurgerichtssaal stattfinden. Da haben, glaube ich, 60 bis 70 Besucher Platz drin. Und es ist eine öffentliche Verhandlung. Es darf also jeder rein, der einen Sitzplatz findet im Saal. Und es ist der größte Saal, den das Bezirksgericht in Steyr, glaube ich, bieten kann. Also schauen wir mal. Und ich freue mich über jeden, der kommt, der unterstützt und der einfach nur durch sein Dasein, nicht durch Schreien, aber durch sein Dasein bekundet, dass er mit dieser Entscheidung des Bürgermeisters von Steyr nicht einverstanden ist, dass der ihn beschneiden will in dem, was er an Wissen aufnehmen darf und was nicht. Rechnest du damit, dass es bei einem Prozesttag bleibt oder glaubst du, dass es vielleicht sogar zwei oder drei werden? Wenn die Stadt Steyr jetzt wirklich auf den Prozess hinausgeht, es wird ja jetzt noch einmal eine schriftliche Eingabe unsererseits geben, eine schriftliche Eingabe der Stadt Steyr, da muss sich natürlich auch der Rechtsanwalt mit dem Bürgermeister abstimmen. Es kann natürlich auch sein, dass gar kein Prozess stattfindet. Denn die Partei hat, haben beide noch die Möglichkeit, vor Beginn des Prozesses mit einem Vergleich auszusteigen, wo ich nicht zustimmen werde. Denn jetzt soll es wirklich ganz Österreich sein. Das heißt, jetzt stimmst du gleich im Vorhinein nicht zu? Nein, ich stimme nicht mehr zu, weil ich nämlich möchte, dass die Bevölkerung mitbekommt, was gewählte und vom Volk bezahlte Volksvertreter mit ihrem Geld machen und mit ihrer Meinungsfreiheit. Das ist ganz klar ein Eingriff in unsere Grundrechte und die werden von solchen Menschen, wie der Herr Vogel ist, mit Füßen getrennt. Ja, weil man muss es ganz klar dazu sagen, der Stadttheater Steyr hat keine SPÖ aufgebaut. Nein, das hat der Steuerzahler bezahlt und somit alle. Und man muss es auch diesbezüglich noch einmal dazu sagen, da hat eine SPÖ nicht das Recht zu sagen, wer dort hinein darf und wer nicht. Ich glaube, das gehört schon noch einmal festgehalten. Peter, kommen wir zu guter Letzt noch zu einem positiven Aspekt. Demnächst findet ein großes Netzwerktreffen statt. Genauer gesagt am 15. Juli im Steinbach am Attersee. Gemeinsam mit der Menschheitsfamilie Report24 und wir von RTV haben wir uns überlegt, wir machen ein großes Netzwerktreffen, ein Sommerfest, wenn man so will. Was erwartet denn dort die Besucher? Die Besucher erwartet, dass einerseits einige Vortragende, die mit mir durch ganz Österreich reisen, dort vor Ort sind und einfach auch zum Anfassen sind. Einer zum Beispiel ist der Dr. Sönigsen, der mit seiner Familie kommt. Es kommt der Wetteradler, es kommt der Dr. Weiland aus der Steiermark extra rauf mit seiner Frau, der auch Vorträge im Herbst halten wird. Es soll ein Vernetzen der Vereine sein, die entstanden sind während der letzten zwei Jahre. Und einfach eine Überwindung der Spaltung, die ja auch immer noch da ist. Zwar weniger in unserem Bereich, weil man sagt, wir sind die Blase, die den schlechten Einfluss auf die anderen haben. Aber wir haben mit Sicherheit nichts dagegen. Egal, der darf kommen, wer will es. Ungeimpft, fünfmal geimpft, krank, gesund. Und wir wollen Menschen zueinander bringen, die miteinander einen tollen Tag haben mit Kindern. Wir haben eine Hüpfburg dort, wir machen Kinderschminken, wir haben zwei Livebands, die unterschiedlich auftreten. Und die Dichterin, die Frau Fürthauer, die ja Besitzerin des Hofs ist da droben, die schon einige Bücher mit Gedichten rausgebracht hat, macht am Nachmittag auch eine kleine Vorlesung über ihre Gedichte. Also es ist für jeden was geboten, es gibt zu essen und zu trinken und das eben auch zu menschheitsfamilienfreundlichen Preisen. Das ist natürlich super, weil in Anbetracht der Teuerung, wo die Regierung ja jetzt vor der Sommerpause wieder kein Paket geschnürt hat, das ist ja wie ein Déjà-vu im vergangenen Jahr, ist das, glaube ich, sehr wichtig für die Menschen, dass es dann auch menschenfreundliche Preise gibt. Peter, ich sage danke für das heutige Gespräch und ich bin davon überzeugt, wir werden uns am 15. Juli wiedersehen und spätestens dann wieder bei deinem Prozess im Oktober, wo wir natürlich dann mit der Kamera dabei sind, weil das ist ja dann, wie gesagt, ein öffentlicher Prozess. Sind wir gespannt, was da herauskommt. Ja, und dann schauen wir mal, wie das dann weitergehen wird. Danke für das heutige Gespräch, lieber Peter. Danke, Nico. Ich freue mich auch auf unser Sommerfest. Ja, und auch bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zusehen. Falls Sie auch Interesse haben, bei diesem Netzwerktreffen, bei diesem Sommerfest dabei zu sein, alle Infos finden Sie auf der Homepage der Menschheitsfamilie www.menschheitsfamilie.at. In diesem Sinne, wir sehen uns.